noch ohne abfahrts wettkampf sieg acht zweite plätze drei dritte plätze und wo wenn nicht hier noch lieber wäre es im übermorgen aber er hätte heute auch mitnehmen und der hat keinen schlupfen es ist sagenhaft welch programm der oder man zu nebenbei fahrt der ist so fennahe so da kämpft dann büro gegen die schwerkraft kraft ihn nach außen zieht und jetzt achtung was macht er hier ja der macht ja der knallt voll durch das ist überall ans limit überall ausfahrtsgeschwindigkeit 81,5 das war schon einmal action 3 zentel hat er jetzt hier das ist die schöne in wengen du kriegst gleich den dank dafür wenn es mutig durchs kernen ist wenn zuschaut der weiß ja das nicht der spürt der schon so da wird der verfolgt von der drohne muss aufpassen dass der schatten ihn da nicht einholt von der drohne die haben es auch mit dem pistengerät präpariert da ist er pipi fein ruhig durchzogen direkte linie runter in den hannäckschuss der fährt das perfekt das sieht aus wie einer der es am computerspiel ideal erwischt die linie ruhig ist er durchgekommen anfahrt in den seilersboden der dritte hat schon fast eine sekunde rückstand und der zeigt uns in seiner reaktion dass er hier sehr 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 zufrieden ist mit dieser fahrt und was das deprimierend ist für die konkurrenz er macht mit lockerheit wie der dort als österreicher loch schmeidig ob ich vorne ist richtung ziel wahnsinn unglaublich er gibt kinder hier acht zehntel und kinder wird sich nicht nur seine fahrt im videostudium genau anschauen so Vielen Dank.